Ja, Christian, was wünschst du den Schützen zum Schützenfest? Also, dass das Wetter so schön wie heute bleibt. Das kann so praktisch ein schönes Fest sein mit Parade und Fackelzug. Und es soll praktisch ein schönes Fest sein für kleine und große. Kann man bei dir im Geschäft hier bei Toto auch wieder Plätze reservieren lassen? Auch dieses Jahr, wie die vorigen Jahre, habe ich schon die ganzen Tische in Terrasse reserviert. Und ich wünsche auch dieses Jahr, wie die vorigen Jahre, dass die ganzen Gäste zufrieden bleiben. Ja, das war Christian, Geschäftsführer von Eiskafé Toto. Uli, was wünschst du dir als Musikbeauftragter des Bürgerschützenvereins für das Schützenfest? Viel Sonne, viel Marschmusik, viel Gesundheit und dort kann ich hier reinkommen auf Kirmes. Wie viele Musikkapellen sind denn in diesem Jahr im Schützenfest aktiv? Am Samstag und am Dienstag werden wir mit neun Blöcken durch die Straße ziehen. Am Sonntagnachmittag zum Highlight werden wir zehn Blöcke haben. Und am Dienstag werden wir nur acht Blöcke haben. Ja, dann wünschen wir dir und den Schützen viel Spaß, oder? Selbstverständlich. Auf das Kirmes kommt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Jetzt flipst du ihn und noch.